Das Bird Race steht vor der Tür und die Vorfreude ist bei vielen Beobachterinnen und Beobachtern groß. Am 7. Mai wird wieder in ganz Deutschland die Vogelwelt genau unter die Lupe genommen. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und ich möchte in diesem Video dir alle Tipps, Tricks und natürlich auch die Spielregeln und alles weitere Wichtige über den Tag der Vogelartenvielfalt vorstellen. Organisiert wird das Bird Race alljährlich vom Dachverband Deutscher Avifaunisten. Der DDR ist ein Zusammenschluss aller ornithologischen Verbände in Deutschland und organisiert das sogenannte Vogelmonitoring, also die Erfassung unserer Vogelwelt. Das Ziel des Bird Races ist, einen Tag in der Natur zu verbringen und dabei möglichst viele verschiedene Vogelarten, egal ob Brutvögel, Rastvögel oder Zugvögel, zu beobachten. Doch damit ist natürlich nicht gemeint, dass man quer durch die Republik fährt, um die meisten Arten festzustellen. Das Bird Race findet regional statt und man kann einzeln oder als Team in einem Landkreis antreten. Das macht meiner Meinung nach auch mit Abstand am meisten Spaß. Für all diejenigen, die lieber alleine unterwegs sind oder deren Freundeskreis in ganz Deutschland verteilt ist, gibt es seit zwei Jahren aber auch die Möglichkeit der virtuellen Teams. Menschen in ganz Deutschland können sich so zu virtuellen Teams zusammenschließen und gemeinsam an einer Artenliste arbeiten. So kann ich beispielsweise den in Deutschland seltenen, aber lokal recht häufigen Halsbandschnepper beisteuern, während andere Teammitglieder andere Arten finden, die bei mir weniger häufig oder sogar gar nicht vorkommen. So lassen sich natürlich extrem lange Artenlisten produzieren, man kann das Ergebnis aber auch weniger gut mit den landkreisinternen Zählungen vergleichen. Das Bird Race findet den ganzen Tag statt. Alle Arten, die man zwischen Mitternacht und Mitternacht akustisch oder visuell feststellen kann, zählen ins Endergebnis mit rein. Dabei sollte möglichst auf das Auto verzichtet werden. Im Sinne des Natur- und Umweltschutzes ist die Teilnahme mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu empfehlen. Gegebenenfalls können öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Das Verzichten aufs Auto hat aber auch große Vorteile, denn die ein oder andere Art lässt sich auch zufällig vom Fahrrad aus hören oder beobachten. Damit das Bird Race auch erfolgreich wird, ist eine gute Vorbereitung schon die halbe Miete. Schon in den Wochen vor dem Bird Race bin ich viel draußen unterwegs und merke mir geeignete Stellen, an denen die weniger häufigen Brutvögel meiner Region vorkommen. Über die Zeit bekommt man ein gutes Gespür, wann man wo sein sollte, um bestimmte Arten am sichersten zu bekommen. Das ist die Grundlage für die Routenplanung. Ist der Landkreis festgelegt, in dem man unterwegs ist, sollte man einen Blick auf die verschiedenen Habitate und die darin vorkommenden Arten werfen. Auch wenn man das Bird Race natürlich auch entspannt angehen kann, empfiehlt es sich, die verschiedenen Lebensräume den Tag über zu besuchen. Im Wald sind andere Arten zu beobachten als im Offenland und dort wiederum sind andere Arten zu beobachten als am Gewässer. Doch nur weil man in einem Lebensraum zum Beispiel dem Wald unterwegs ist, heißt es noch lange nicht, dass man alle dort anwesenden Arten auch feststellen wird. Die Tageszeit spielt also eine große Rolle, ob man auch das Maximum aus dem Lebensraum herausholen kann. Als erfahrener Bird Racer starte ich weit vor Sonnenaufgang im Wald, um morgens verschiedene Eulen und mit etwas Glück eine Waldschnäpfe zu bekommen. Anschließend bleibe ich noch etwas im Wald, weil in der Zeit nach Sonnenaufgang die Singvogelaktivität dort am höchsten ist. Wenn man erst nachmittags im Wald ist, sind viele Vögel viel unauffälliger und es wird schwieriger, Waldbaumläufer, Weidenmeise und Co. dingfest zu machen. Aber wie das in der Natur eben so ist, ist die Natur nicht berechenbar und es wird Arten geben, die man nicht finden wird, obwohl man sie dort fast jeden Tag davor hatte. Gerade dann ist es wichtig, in den nächsten Lebensraum aufzubrechen und nicht zu lange in diesem einen zu bleiben, denn im nächsten Lebensraum, im neuen Habitat, warten natürlich auch wieder neue Arten auf ein. Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten sind im Verlauf des Tages noch Siedlungen, das Offenland sowie die Feuchtgebiete und Gewässer aufzusuchen, um das komplette Spektrum abzudecken. Gerade bei sonnigem, heißen Wetter sind die Nachmittagsstunden häufig nicht so ergiebig, was die Singvogelaktivität angeht, sodass man dann die Zeit gut an Gewässern verbringen kann. Dort warten Entenvögel, Wartvögel und andere Wasservögel auf einen. Außerdem ist dann die Zeit gekommen, um auch mal den Blick Richtung Himmel zu richten. Jedes Jahr werden beim Bird Race Wespenbossade, Rotfußfalken und noch seltenere Greife entdeckt. Abends ist dann die Zeit, um noch mal nach den Arten zu suchen, die man tagsüber nicht entdecken konnte. Mit Hereinbrechen der Dunkelheit hat man auch für die Eulen und Waldschnepfen eine zweite Chance. Alternativ bieten die Gewässer noch mal spannende Beobachtungen am Schlafplatz. Den ganzen Tag über empfiehlt es sich natürlich auch, immer wieder einen Blick ins Meldeportal ornitho.de zu werfen, um von anderen Beobachterinnen und Beobachtern noch wertvolle Hinweise zu bekommen. Trotz einer durchdachten Route ist es sehr hilfreich, eine gewisse Flexibilität beizubehalten. Wenn in der Nähe etwas Spannendes auftaucht, dann kann man auch die eigene Strategie mal hinten anstellen. Eine gewisse Spannung entsteht auch dadurch, dass niemand genau weiß, ob spät ankommende Zugvögel schon beobachtet werden können. Ist die erste Wachtel schon da? Sitzt der Neuntöter schon wieder in der Hecke und imitiert der Sumpfrohrsänger schon wieder unsere Lieblingsvögel? Wenn sich das für dich erstmal nach Stress und nicht nach besonders viel Freude anhört, keine Sorge, niemand ist verpflichtet, das volle Programm beim Bird Race mitzumachen. Der inoffizielle Tag der Artenvielfalt ist natürlich auch für Anfängerinnen und Anfänger oder auch für Familien geeignet, die nicht den ganzen Tag in der Natur investieren wollen. Selbst bei einem Morgenspaziergang oder einer Runde am Abend kann man die ein oder andere Art entdecken und vielleicht auch etwas zur Landkreisliste hinzusteuern. Wenn man den Tag über an den vielen guten Stellen eines Landkreises unterwegs ist, wird man sicherlich nicht der einzige Orni unterwegs sein. Bei der 18. Austragung 2021 gingen über 900 Teams mit mehr als 2600 Personen an den Start. Damit das Bird Race zum vollen Erfolg wird, habe ich noch einige Tipps vorbereitet. Ganz wichtig ist natürlich die Ausrüstung. Sei dir bewusst, dass du vermutlich den ganzen Tag draußen unterwegs sein wirst und alles, was du mitnimmst, musst du den ganzen Tag auch über mitschleppen. Klar, trotzdem wirst du, wenn du von Wald über Wiese bis hin zu den Gewässern unterwegs sein wirst, mehr als nur das Fernglas brauchen. Denke deshalb auch an ein Spektiv und ein Stativ und natürlich auch entsprechende Bestimmungsliteratur. Wichtig ist es außerdem, genügend Essen und Trinken mitzunehmen oder gegebenenfalls in die Route auch schon den einen oder anderen Einkehrschwung mit einzuplanen. Natürlich ist aber auch die Kleidung sehr wichtig, denn gerade an einem Maimorgen kann es auch noch ziemlich frisch sein. Deshalb kann ich dir vor allem das Zwiebelschalenprinzip empfehlen, sodass du morgens noch mehr anhast und über den Tag hinweg die ein oder andere Schicht einfach ausziehen kannst. Ganz wichtig ist außerdem noch, die Bird Race Artenliste zum Ankreuzen mitzunehmen, damit auch du weißt, wie viele Arten du um welche Uhrzeit überhaupt schon erreicht hast und welche Art dir eventuell noch fehlt für spätere Nachsuchen. Wo du diese Liste bekommst, werde ich dir am Ende des Videos noch einmal genauer erklären. Sehr wichtig ist auch der Blick auf das Wetter. Natürlich können wir das Wetter alle nicht beeinflussen, aber manche Habitate sind natürlich auch bei Regen deutlich produktiver als andere. Falls also in den Tagen davor schon Regen angekündigt wird, schau dir mal auf dem Regenradar an, wann dieser wo zu erwarten ist, damit du deine Route eventuell umplanen kannst oder dass du nicht von Regen mitten auf dem Feld überrascht wirst, sondern vielleicht dann in der Zeit in der Siedlung unterwegs bist, wo du dich theoretisch auch mal unterstellen kannst. Außerdem ist natürlich die Flexibilität ganz wichtig. Es bringt nichts, den perfekten Plan zu haben, wie du durch den ganzen Landkreis mit dem Fahrrad unterwegs bist und dann alle Arten bekommen wirst. Denn in der Natur ist es eben so, gerade zur Zugzeit, dass Vögel überall auftauchen können und alles andere als berechenbar sein werden. Deshalb schau immer mal wieder auf ornitur.de, sei nicht zu verkrampft mit deinem eigenen Plan und habe im Hintergrund, dass es vor allem Spaß machen muss, den ganzen Tag draußen unterwegs zu sein. Damit kann dann eigentlich schon auch gar nichts mehr wirklich schief gehen. Die Teilnahme am Bird Race ist selbstverständlich kostenlos, es gehört aber traditionell auch ein Spendenrennen dazu. Seit einigen Jahren fließen die Spenden in den Unterhalt und die Weiterentwicklung des Beobachtungsportals ornitur.de. Klassischerweise sucht man sich vor dem Bird Race Unternehmen, Freunde oder Familienmitglieder, die einen bestimmten Beitrag pro entdeckte Art spenden. Mit einer Teilnahme am Bird Race nimmst du auch an einer großen Verlosung teil, bei der du attraktive Preise wie ein Fernglas, Reisegutscheine oder Bücher gewinnen kannst. Manche Preise werden allerdings nur unter denjenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost, die auch am Spendenrennen teilnehmen. Man unterstützt deshalb beim Spendenrennen nicht nur den DDR und die Weiterentwicklung von ornitur.de, nein, man kann auch attraktive Preise dabei gewinnen. Abends oder spätestens am darauf folgenden Tag solltest du außerdem daran denken, deine Ergebnisse noch auf der Website zu übermitteln. Dann kannst du dich auch mit anderen Teams, Landkreisen oder auch Einzelpersonen deutschlandweit vergleichen und messen. Wer möchte, bekommt eine schöne Urkunde, die einen auch noch Jahre später an die tollen Beobachtungen des Bird Races erinnern wird. Auch ich werde natürlich wieder dabei sein und ich hoffe, dass auch du den Tag der Vogelartenvielfalt draußen verbringen wirst. Registriere dich und dein Team jetzt vorab unter birdrace.dda-web.de. Dort findest du außerdem eine Artenliste zum Ausdrucken, eine Mitmachbörse, falls du noch auf der Suche nach einem Team bist und alle weiteren wichtigen Informationen. Viel Spaß beim Bird Race. Wie viele Arten wirst du denn finden? Melde dich jetzt an unter birdrace.dda-web.de.